jo leute heute zeige ich euch hier ein eigenes intro und ok ich gehe auf den Playtor und ich gehe da die Gladennade Video Showman das läuft nicht mehr runter in den Besuch das glaube ich auch nicht wieder ich gehe die Mathe runter ich glaube ich eine Mathe dann gibt ihr die Mathe weil das verdammt der Mathe hat nämlich auch schon die Petong gemacht und dann gibt es die auch zu Mathe Ja, kommt immer. Dann kannst du mal in die Rundtruhe. In die Rundtruhe. In die Rundtruhe. In die Rundtruhe. In der Texte. Ich mach aber ein neues Element, wobei das Gebot mehr angeht. Ich hab immer mehr gesehen. Dann... ...wann ich den Aufrufen. Ich mach es mal hier. Ich mach die Rundtruhe. Und... ...und... ...die Rundtruhe. Ich hab's mal vorbeigem... die k im im die 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 Oh Gott! Ich bin hier zu... ... zu... ...bredierer hoch. ... und hier zu... ...bredierer... ... und hier... ... und hier zu... ... und hier zu... ...bredierer... ... und hier... ... und hier zu你知道... ... und arbeite... ... und hier... ... tones zus... ... und zum halbieren... ... und hier... Das ist ein Oberarbeitende für unser Kiebel. Dann gibt's hier eins. Was über mir ist jetzt. Ich muss jetzt ein Nimmer machen. Ein Nimmer noch. Ein Nimmer noch. Ein Nimmer noch. Ja gerade so? Echt? und 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 wenn es euch gefallen hat könnt ihr alle liken kommentieren natürlich kommentieren bei komment bei 2 live mache ich kaum 10 meiner Lieblingsdacht shit 3 6 3 2 1 shit